ziemlich dumm ist hier hinzustellen aber ich wollte einfach wissen was hier ist aber ich habe ja einen sicherheitsspeicherstand glaube ich an der stelle ich will aber wieder zurückkommen mensch der war da bestimmt unten im boden eingefärscht kann ich den vielleicht im offenen angriff wischen wäre cool es macht so am besten spaß aber das klappt nicht unmöglich wer lässt mich da nicht durch die halten so viel aus unglaublich viel ich habe nur nicht mal eine mega zwischen aufgesammelt ob sie bin ich tun der kann sich auch mit dem genau wieder aus dem ersten teil der entgegner wohl fies ist das einfach mal wegbeamen haben wir hier noch irgendwas nö da komme ich auch nicht weiter ich kann nur die orientierung verlieren toll weil ich nix habe was ist da denn drin nicht äh hä ich bin verwirrt Hilfe 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 ich muss dieses scheißenergiecenter erreichen jetzt ist er weg es kann ich doch einfach mal hier durch na also es klappt doch irgendwann das schild sollte jetzt nicht so schlimm sein ich brauche einfach nur kam ich von hier direkt nein da war das doppel spawner jetzt ist die frage ob der wirklich wo waren das energie center ach hier ist auch eins aber da sind auch die es gab doch da irgendwo auch ein energie center das viel bequemer war oder war das das von der anderen seite keine ahnung das muss dann direkt hier unten drunter sein oder ja da ist es das ach so das ist das deswegen ging es da auch nicht weiter also rein am anfang war ja klar ich will jetzt nicht irgendwie einen wichtigen stand überspeichern irgendwann deswegen ist das hoffentlich jetzt der letzte wo ich denke dass das ein bisschen dumm sein könnte aber von hier aus fühle ich mich jetzt sehr sicher eigentlich falsch da ist er echt nicht zu bebrauchen ist das redfeuer ja das ist dumm weil die raketen haben wir einen exklusionsradius besonders die concussions wie wir lange seit dem ersten teil wissen ich kann so lange schießen bis du kommst hier wären mark rei auch nicht schlecht ach da ist er perfekte position er sollte doch irgendwann sterben ich bin ja gespannt wie viele punkte der gibt der gibt bestimmt wieder so 10.000 die schießen ja die schießen ja ja jetzt kann es gebrauchen fachs fachs speichern komm end boss du bist dran schieb dich immer auf deine lakaien komm komm wieder getroffen spawnt er ganz viel jetzt hab ich ihn aber jetzt hab ich gespeichert du bist du wo ist ist das das portal hier war ich schon aber wo geht es dann hier zum secret ich finde keine möglichkeit zum secret zu kommen ich habe genau dann gespeichert leider konnte ich jetzt nicht alle gegner hier finden ich kann zum exit gehen das könnte ich tun vielleicht finde ich es ja noch das ist eine aufrüstung oder was sonst gibt es hier nichts mehr ja ne das ist ja nicht das was ich will ich muss da wahrscheinlich runter höchstwahrscheinlich ich denke ich stehe noch kurz um den arsch der will sterben ja wo muss ich denn dann ich will es nicht überschreiben mache ich trotzdem wo geht es hier weiter ist doch nur gegner crew oder ich muss diese scheiß sequels finden ich sollte erstmal die gegner eliminieren die wollen mich aber hier kaputt nein nein ey das ist doch nervig ihr habt nichts gesehen das ist total ein traum gewesen ich muss schneller laden bei sowas da muss ich zuerst rein bevor der gegner kaputt ist aber ernsthaft ich brauche eine sonnenbrille diese scheiß grauen dinger sind wieder der entscheidende faktor einmal mich berührt bin ich tot haben sie mich nochmal gestreichelt und schon sterbe ich das sind ja auch mehrere da komme ich nicht durch das muss ich dann irgendwie besitterter machen also mit gordon und barney geht es nicht weiter dann kann ich gucken so viele ich werde da ist kein portal das muss ich nochmal suchen da muss ich noch eins zurück dann bin ich hier ach da bin ich noch gar nicht im und dauert es noch eine weile das war nicht gut kann der jetzt bitte weg sein ich muss da nämlich durch na das schaffe ich schon aber dann dauert es halt wieder eine weile bis ich den besiegt habe ich glaube das wird mal ein längeres video weil man ja auch nicht 10.000 videos denselben boss sehen will ja achso doch habe ich warum ist er denn jetzt ständig da vorhin hat er mich doch auch durchgelassen hier kann ich ja nicht durchgehen weil da diese spawner sind das war der anfang ich muss deswegen genau nicht dahin er wartet einfach er geht da nicht weg der weiß genau der hat neu geladen der darf doch jetzt nicht durch ist da wirklich das portal das ist die frage also ich ich nicht der sieht das sofort wieso ist das denn jetzt die ganze zeit hier das war er sonst nicht kann da nicht irgendein köder hin tun der in woanders hin lockt der scheint echt zu hängen und nicht weg zu gehen aber immerhin im moment ist kein anderer gegner hier verfolgen mich fast geschafft ich habe es am ersten mal ja immerhin auch geschafft von daher sollte ich das da irgendwann auch hinkriegen jetzt geht portiert er sich dann in die andere richtung dann muss ich das vielleicht so echt machen nein zu weit oben jetzt ist er weg jetzt ausgedrückt moment ja sehr schön ich glaube ich habe sogar mehr steht als beim ersten mal wo gehe ich dann hin auf das hier wahrscheinlich tue ich jetzt sachen überschreiben die ich eigentlich nicht wollte und eigentlich wie soll ich jetzt besser machen denn den boss kann ich ja nicht besiegen ich muss da irgendwie durchkommen da war ein exit ja das habe ich schon gefunden das ist genau das ist genau wo war das hier rechts ne da ist das exit da ist noch eine tür ach ne das war nur der vielleicht kann der mir helfen aber ich will denn schon diesen scheiß bot von woanders da gab es ja noch mehr türen oder die da reingeführt haben vielleicht bringen die noch irgendwas jetzt geht die nämlich auch auf ich will ja jetzt eigentlich mal versuchen nach unten zu gehen und zumindest wissen was das soll was das bringt ob das vielleicht das secret ist ich habe überhaupt nicht den laser ausgewählt geht das überhaupt auf bevor der tot ist scheint mir fast nicht so doch aber hier sehe ich dann halt nichts da ist ein schalter seht ihr den der könnte alles der könnte die lösung für alles sein wenn man hier einmal einen verbündeten hätte wenigstens einen wieso so schnell ist es jetzt zwei geworden oder was ein schuss und sofort tot eine homing macht 30 schaden oder was glaubt er wohl selber nicht naja der schießt ja so viele sachen gleichzeitig diese kammer nicht austricksen der lässt sich nicht austricksen ich brauche einen spiegeltrick ich muss mich spiegeln an die eine seite geht nicht er teleportiert sich woanders hin und schießt mich dann einfach gepflegt ab es bringt halt nichts wenn ich ihn erst töte denn dann geht die mine kaputt jetzt wartet er genau da wo ich eigentlich hin will cool was machen wir denn da wie ist es noch ich muss den gar nicht besiegen ich muss einfach nur zumindest erstmal nicht ich muss nur das secret finden du siehst mich nicht du siehst mich nicht du siehst mich nicht er hat mich doch gesehen es ist halt wieder eine zeitfrage wann ist der richtige zeitpunkt jetzt schon mal nicht nein dann macht mir noch meinen energie center kaputt ja es bringt ja nichts den kaputt zu machen ich darf ihn nicht kaputt machen so jetzt vielleicht ich will mal vorankommen haha voll ganz knapp ähm genau das wollte ich genau das weg erst weg erst weg zumindest sah es so aus es ist jetzt wieder so ein rumprobieren aber wenn es jetzt nicht gleich klappt wo ist er man wenn ich jetzt schnell bin kann ich die schallmauer durchsprechen und dadurch unsichtbar werden aber aber nicht ganz wo ist er denn jetzt der sack da ist er er ist halt wieder unsichtbar er soll sich mal hin teleportieren wo er niemanden stört eine einsame zelle oder in die wüste oder in die wüste von oben trifft er mich halt ganz leicht wieso komme ich da jetzt nicht rein ja klar es ist ein bisschen hell aber sonst bin ich drin da ja ähm war ich da richtig die frage ist ob das das richtige war denn dann war es bestimmt auch richtig boah ich hab ne knappe Millisekunde Zeit um den zu töten wenn ich das dann hab dann bin ich schon mal auf der sicheren Seite und dann kommt dieser scheiß graue und der macht mich dann fertig ich brauche Raketen Shield bin ich jetzt in Sicherheit mal wow speichern endlich mal eine Schnaufpause hier jetzt ist echt die frage ob ich hier richtig bin warum kommt der Boss mir nicht nach ist das ne Waffe bestimmt ja die übergeile Waffe und ich hab sie wieder nicht eingesammelt ähm lass mich mal kurz gucken ob ich die kriege achso ne das waren einfach nur normale Raketen Shield hätte ich gern aber wenn ich dafür sterbe dann halt nicht so es geht ganz offensichtlich uhuhuhu ich hab's gefunden endlich komm ich da jetzt auch rein und die Frage ist was war dann dieser Schalter noch da waren irgendwo der Schalter hier jetzt erst hier offen oder was ne es war davor schon offen irgendwas anderes ist jetzt auch noch offen aber ich weiß nicht was vielleicht ist mir das auch erst egal auf jeden Fall muss ich diesen Endgegner später angeblich doch noch töten aber das kann mir für den Moment ja egal sein denn jetzt geht es erstmal ein Secret Level wenn ich es wieder finde ich hab voll die Rotierung verloren wo war denn das ähm hier ging es da ist es schafft Wahnsinn ähm gucken wir kurz rein ja wie immer ich weiß ja nicht wie das abläuft aber meines Wissens kann man da nicht speichern und das hört sich schon mal wieder scheiße an ausprobieren Secret Teleporter found Proceed to Secret Level Alter ähm ich wollte natürlich direkt speichern na gut dann geht es ja gar nicht dann muss ich schon vorher ähm was soll denn der Dreck nicht speichern können naja Segment City im nächsten Video wir haben es geschafft bis hier hin ganz schön und ich hoffe es war nicht ganz so langweilig wie es den Anschein hatte was ist denn hier so hier geht es gar nicht weit doch da nein ähm diese Geheimnisse lüften wir dann beim nächsten Mal achso okay Hulks? das sind keine Gegner ja komm hören wir auf puh ähm ja ich muss die Aufnahmen noch beenden deswegen sage ich jetzt tschüss bye bye ab ich dass die die Untertitelung des ZDF, 2020